Wie alt ist sie jetzt? Acht Monate und jetzt geht es ab. Habt ihr gewusst, dass die ein bisschen zwergiger ist? Ich dachte, wir würden jetzt verheiratet, kann ich nicht sagen. Aber echt, wo bist du dabei? Kann man dir helfen? Sie hat schon einen Schaden. Das ist so glücklich. Ey, weißt die in den Zaun raus. Schie, wir fallen mal wieder auf. Krachraum. Der Einzige Schell, die esse ich vor lauter Zorn im Zaun vorbei. Schie, wir fallen mal wieder auf. Schie, wir fallen gleich. Schie, wir fallen gleich. Schie, wir schie. Schie, wir wenigstens.